Hi Leute, weiter geht es mit einer neuen Aufnahme von Let's Retro The Elder Scrolls 3 Morrowind. Wir fangen an mit der Reparatur hier. Mal sehen, was alles kaputt ist. Der Detail schon anbogen ist ein bisschen sehr kaputt. So, ein paar Reparaturzangen sind wir wieder losgeworden. So, da haben wir einmal hier wieder vier Zangen sind wir losgeworden. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist nichts mehr drin. Das heißt, es hat alles hier reingepasst beim letzten Mal. Das finde ich sehr schön. Gefällt mir. So, mal kurz nachsehen, ob wir auch alles haben, ob alles passt. Es scheint so. Na, dann lesen wir. Halt, nein, dann verzaubern wir jetzt. Ah Mist, ich hätte vorher verzaubern sollen. Mist. Mist, Mist, Mist. Na egal, muss ich jetzt nochmal speichern. Ist nicht so schlimm. Ähm, wo habe ich hier was mit 80.000? Wo habe ich hier was mit 80.000? Fleder Schatten hat 60.000. 60.000, 40, 40, 40, äh, 50, 50. Da muss doch irgendwas mit 80.000. Da, erleuchteter Schläfer. Versuchen wir es heute nochmal. Da haben wir unseren indoridischen Schild und ich möchte eine da auf die Wirkung. Das ist sehr schön. Ähm, Attribut festigen, Stärke auf uns selbst ein. Machen wir mal, was waren es? Ich glaube, neun Punkte, oder? Neun Punkte. Ja, genau. Wurde zerstört. Schade. Laden. Ich frage mich, ob wir das, äh, diese dauerhafte Wirkung, den Effekt, äh, ob wir das jetzt machen können, weil wir Verzauberungen ein bisschen besser können, oder ob wir dafür einen bestimmten Seelenstein brauchen. Eigentlich könnten wir das schnell nachsehen. Indem wir jetzt hier irgendeinen schlechten machen, können wir einmal anwenden, so schlecht ist der. Ah, ne, okay, wirken wir benutzen. Es liegt jetzt am Seelenstein, okay. Es liegt am Seelenstein. Na gut, lesen wir ein Buch. Ähm, die Aussteuer, nein. So, die Wichtigkeit des Woh- nein. Ähm, da ist einer. Nein, das, das nicht. Äh, haben wir sonst nichts mehr? Okay, wie, wie sieht's denn mit da aus? Gut Freund, eine Ehre das ist. Phylogenese, siebte Ausgabe ist das. Das löse ich halt für Zarek, das hab ich doch da auch schon irgendwo gelesen. Genau, dann kommt das jetzt mal mit. Äh, wenn wir es zweimal haben, kann es einmal weg. Äh, wenn nicht so ganz so derbes Lied. Ich glaube, das kennen wir schon. Ja, das kennen wir schon. Das kann weg. Der Trost der Gebete. Okay, das kennen wir glaube ich noch nicht. Das lesen wir mal. Der Trost der Gebete. Durch die Gabe des Gesegneten Amsivi, seine Dreienigkeit, Gnaden und die Scharen der Heiligen werden die Gläubigen, die an den Tempelschreinen beten, durch die wunderbaren Sakramente vom Gebet und Anbetung Segnungen gewährt. Die dreiseitigen Schreine, die den dreigesichtigen Segen von einem Simi verkörpern, sind in Tempeln, an Wallfahrtstätten, auf Pilgerrouten oder im Grab mal der Geweihten zu finden. Die zu erwerbenden Segnungen sind hier zur Erbauung aller Formeln und Pilger aufgelistet. Wollen wir mal, das kennen wir. Doch, das kennen wir. Das haben wir schon mal gelesen mit den Segnungen. Ähm. Okay, was haben wir sonst noch nicht gelesen? Göttliche Metaphysik. Oooooookay. Das ist bestimmt ein Questbuch, das bleibt hier. Göttliche Metaphysik ist bestimmt ein Questbuch. Ah. Leck. Anyways. Ähm. Nimm mal. Eins, eins, zwei direkt drüber. Dann kann es über das Reich des Vergessens. Ja. Lesen wir das. Es ist unschicklich, jedoch gebräuchlich, von den Bewohnern des Reiches des Vergessens als Dämonen zu sprechen. Dieser Brauch geht wahrscheinlich auf die alesianischen Lehren des Propheten der ersten Ära, Maruk, zurück, welcher eher belustigend Verkehr mit Dämonen verbot und dann versäumte zu erklären, was Dämonen sind. Es ist wahrscheinlich, dass Dämonen eine falsche Buchstabierung oder etymologische Übersetzung von Daedra, dem alten Elfenwort für diese starken, kraftvollen Wesen, mit zweifelhaften Beweggründen des Reiches des Vergessens kommen, ist. Daedra ist die Mehrzahl von Daedros, die Einzahl. Und Daedros, die Einzahl. Aha, das wusste ich noch gar nicht gut. In einer späteren Abhandlung von König Kale, dem Frommen, vom Himmelsrand, beinahe tausend Jahre nach der Veröffentlichung der ursprünglichen Lehren, vergleicht er die üblen Machenschaften seiner politischen Gegner mit der Bosheit der Dämonen aus dem Reich des Vergessens. Ihre Verderbtheit gleicht der von Sanguine selbst, sind grausam wie Boetia, berechnend wie Molagbal und verrückt wie Sheogorath. Ferner stellt der Hale der Fromme erstmals in schriftlicher Form langatmig vier der Daedra-Fürsten vor. Doch die Niederschrift ist letzten Endes nicht der richtige Weg, um das Reich des Vergessens und seine Bewohner, die Daedra, zu untersuchen. Diejenigen, die Verkehr mit Dämonen haben, möchten vermeiden, dass dies bekannt wird. Nichtsdestotrotz finden sich im Schrifttum der ersten Ära Tagebücher, Journale, Nachrichten von Hexenverbrennungen und Führer für Daedra-Jäger. Diese habe ich als hauptsächliches Quellenmaterial genutzt. Sie sind mindestens so vertrauenswürdig wie die Daedra-Fürsten, die ich tatsächlich beschworen habe und mit denen ich ausführlich sprach. Offenbar ist das Reich des Vergessens ein Ort, der sich aus mehreren Reichen zusammensetzt. Daher die vielen Namen, mit denen das Reich des Vergessens gleichbedeutend ist. Frosthafen, Sumpf, Mondschatten und so weiter. Es mag eine richtige Vermutung sein, dass jedes Reich des Vergessens von einem Prinzen regiert wird. Die Daedra-Prinzen, deren Namen immer wieder in den alten Schriften auftauchen, auch wenn dies sicher kein unfehlbarer Beweis ihrer Echtheit oder Existenz darstellt, sind wie vorgenannt Sanguine, Boetia, Molagbal und Cheogorath. Hinzu kommen Azura, Mephala, Clavicus, Vile, Vernima, Malakat, Hermius oder Hermaeus oder Herma. Es scheint keine einheitliche Schreibweise zu geben. Mora, Mera, Igalak, Nocturnal, Merunis-Dargon und Perite. Meine Erfahrung ist, es gibt eine Vielzahl von Daedras. Abgesehen von ihrer ungeheuren Kraft und ihres Hanges zum Extremismus, ist es fast unmöglich, sie als Ganzes zu typisieren. Sei es, wie es ist. Rein im Sinne der Wissenschaft habe ich hier in einigen Fällen den Versuch gemacht. Merunis-Dargon, Molagbal, Perite, Boetia und Vernima sind von den Daedras am ehesten dämonisch zu nennen. Das bedeutet, dass sie wirkend von Natur aus zerstörerisch ist. Natürlich können die anderen Daedra genauso gefährlich sein wie diese fünf, doch selten nur zum Zweck der Zerstörung. Noch sind diese fünf vergleichbar in ihrer Zerstörungswut. Merunis-Dargon scheint Naturkatastrophen, Erdbeben und Vulkanausbrüche zu bevorzugen, um seinem Ärger Luft zu machen. Molagbal nutzt die Arbeit anderer Daedra und Boetia beweinflusst die Waffen sterblicher Krieger. Berites Bereich scheint die Pestilenz zu sein und Vernima die Folter. In Vorbereitung der Fortsetzung dieser Reihe werde ich zwei Angelegenheiten untersuchen, die meine Neugier erregen, seit ich meine Laufbahn als Daedra-Forscher begann. Die erste ist ein spezieller Daedrov, vielleicht ein weiterer Daedra-Prinz, der in diversen Teilen der Erstdrucke als Hircine erwähnt wird. Hircine wurde der Jäger der Prinzen und der Vater der Menschentiere genannt, aber ich habe noch niemanden gefunden, der ihn beschwören konnte. Das andere, weitaus zweifelhaftere meiner Ziele ist, etwas zu finden, das Sterblichen den Übergang ins Reich des Vergessens ermöglicht. Es war schon immer meine Auffassung, dass wir nur das fürchten müssen, was wir nicht verstehen. Und mit diesem Gedanken verfolge ich stets meine Ziele. Das Buch finde ich toll, also das bleibt hier und der Rest wird verkauft. So, das war jetzt... Über das Reich des Vergessens war das, glaube ich. Das war... Ja genau, das ist mit doppelt. Das hatten wir schon mal gelesen, das hatten wir schon mal gelesen und das hatten wir auch doppelt. Genau. Händler! Wir wollen verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie der Händler heißt. Der Laser und Rasier haben wir uns immer gemerkt. Nein, Rabier meine ich. Rabier, nicht Rasier. Welch ein Glück, euch zu treffen. Ne, Bestian heißt der. Oh, wieso nicht? So. Handeln. Hier kriegst du ein paar Bücher. Und ich habe meinen Taschenrechner schon wieder vergessen. Aber, wie das letzte Mal auch, glücklicherweise, mein Handy hier. So, das sind 102. Und wir waren bei 179. Das sind dann 183. Leider nicht. Aber 181. Sehr schön. Gut. Dann. Geht es jetzt nach Balmora. Wie viel wiegen wir eigentlich? Boah, wir können über 100 Kilo tragen. Geil. 101 Kilo können wir tragen. Zusätzlich noch. Deswegen fühle ich mich auch so leicht und so schnell an. Ha. Das ist echt super. Zack und zack. Seht ihr? So schnell und so weit springen. So. Und jetzt wollen wir ein bisschen ohne Rüstung skillen. Üben. Wenn ich etwas für euch tun kann, so wäre mir das eine Freude. Ohne Rüstung. Auf 37 Punkte. So. Und dann würde ich jetzt einfach mit dem Schlickscheiter ein paar Mal reisen. Dazu aber noch ein bisschen wasseratmisch üben. Ah, okay. Wir hatten ja letztens erst einen Punkt Veränderung. Ja, dann werden wir da wahrscheinlich heute nicht viel kriegen. Und dafür haben wir auch erst einen Punkt. Dann wird das ein bisschen dauern. Okay, das reicht. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Warum gehen, wenn ihr reiten könnt? So, das sage ich dir, weil ich gerade überhaupt... Ich will überhaupt nicht gehen. Ich will reiten. Warum soll ich dir dann überhaupt antworten auf diese Frage, wenn ich ihr reiten will? Aber ich möchte auch Wasseratmung üben. Also nicht das Nutzen von Wasseratmung. Ich werde mich sicher jetzt nicht in diesen Fluster werfen und unter Wasser bleiben. Sondern eher das Zaubern von unter Wasseratmung. Einmal noch. So, reisen nach Molag-Mar. So, diese Stadt erforschen wir nun. Wo möchtet ihr denn hin? Die Lami-Androm. Dies ist das Dorf Molag-Mar in Molag-Amur, Fremdländer. Ich bin Schlickschreiterführer und verwalte hier den Hafen der Schlickschreiter. Nennt mir euer Ziel, falls ihr eine Reise plant. Falls ihr neu in Molag-Mar seid, kann ich euch auch mit den örtlichen Diensten oder mit jedem Ort im Molag-Mar helfen, den ihr sucht. Wenn ihr jemanden bestimmten ausfindig machen wollt, weiß ich vielleicht, wo es zu suchen gilt. Ich bin die Lami-Androm. Reisender. Sie ist Selbstreisende? Ah, okay. Habt ihr von den Pilgern gehört, die vom Nabi-Rsee, der nördlich und westlich des Kantbergs liegt, nach Osten aufgebrochen sind? Das ist kein Ort für eine Pilgergruppe. Okay, vom Nabi-Rsee aus... Nein, habe ich jetzt nicht gehört. Oder haben wir dich schon gerettet? Keine Ahnung. Äh, Seidring, der Nord, ist unser hier ansässiger, unabhängiger Schmied. Und Vasesius Viciulus ist ein Händler. Der Sklavenhändler ist Zahbarbael. Die Anhänger des Tempels werden im Molag-Mar-Tempel einen Mönch, einen Heiler und einen Trankmischer vorfinden. Die rhodoranischen Gefolgsleute und das Volk haben ihre eigenen Schmiede, Ausbilder, Händler und Gelehrten in der Garnison. Okay. Mira Indara ist der Vizemarschall der Kriegswappenträger und oberster Befehlshaber der Kriegswappenträger-Garnison auf der Festung Molag-Mar. Hakar, die Kerze, ist der ranghöchste Redoran in der Redoran-Garnison. Tare Rotelot ist der Hofkämmerer des Tempels in Molag-Mar. Nun, das kennen wir. Haben wir auch schon mal gelesen. Ist zwar länger her, aber wir haben das schon mal gelesen, oder? Nein, das haben wir doch noch nicht gelesen. Die meisten Pilger benötigen Wachen und Führer, um zu den Pilgerstätten zu gelangen, aber jemand wie ihr sollte keine Schwierigkeiten haben, alleine zu reisen. Folgt der Foyada Ilibal in nordwestlicher Richtung zum Kandberg. Der Asar-Nibibi-Berg befindet sich nordöstlich vom Kandberg. Auf der anderen Seite der Foyada Zabirbael. Nehmt euch nur genug Zeit, behaltet die Orientierungspunkte in Sichtweite und seid bereit, zur Festung zurückzueilen, wenn ihr in Schwierigkeiten geratet. Den Beruf kennen wir. Molag-Amur ist die unbewohnte Felswüste im südöstlichen Landesinneren von Warenfeld. Molag-Mar ist die einzige Siedlung und auch eher eine Festung als ein Dorf. Pilger kommen hierher, um den Kandberg und den Asar-Nibibi-Berg zu sehen. Jedoch können sie nicht ohne gut ausgerüstete und bewaffnete Eskorten reisen. Es gibt keine Wege und die Schluchten, Gebirgskämme und Lavasee machen es unmöglich, auf direktem Weg durch das Land zu reisen. Wer dort in Schwierigkeiten gerät, ist auf sich allein gestellt. Die Festung Molag-Mar ist eine Kombination aus Grenzgarnisonen und Pilgerherbergen, die gemeinsam vom Tribunalstempel und Haus Redoran unterhalten und ausgestattet wird. Sowohl der Tempel als auch Haus Redoran haben hier Garnisonen aus hervorragend ausgebildeten Freiwilligen, um die Festung zu verteidigen. Pilger nutzen die Festung als Standort, von dem aus sie die gefährlichen Pilgerreisen zum Kandberg und Asar-Nibibi-Berg im Norden im Ödland von Molag-Amur wagen können. Das kennen wir. Schlittschreiter transportieren Passagiere und Fracht zwischen den Siedlungen in Wadenfällen und her. Der Preis hängt von der Entfernung ab. Schlittschreiter sind riesige Insekten, in denen Panzer der Kreatur wird eine Kabine für Passagiere und Fracht gehölt. Der Führer lenkt das Tier durch direkte Manipulation der freiliegenden Organe und Gewebestellen. Schlittschreiter verkehren zwischen Aldrun, Balmora, Sedanin, Suran, Gwisys, Molag-Mar, Margan und der nördlichen Anlegestelle in Vivek. Manchira. Die Händlerin? Ich glaube, ich sah sie in der Westseite der Stadt, in der Nähe des Tores. Es schien, als würde sie auf jemanden warten. Ich kann euch per Schlittschreiter von Molag-Mar nach Vivek und in das Dorf Suran auf den Ascadia-Inseln bringen. Wirklich? Nur die beiden? Tatsache, Vivek und Suran, sonst nirgends. Okay.